Jetzt fange ich gerade an, etwas alleine auf die Beine zu stellen und aus eigener Kraft voranzukommen. Und dann passiert sowas. Jetzt müssen wir hoffen, Digga. Erste Finale-Runter-Chat. Geht's. 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 Let's go! Wow! Erste. Okay. Legt nervös sein. Sieht schlecht aus. Ja! Ja! Okay, das Game. Schon wieder. Keine guten Games. Aber auch wieder 40 Punkte. Okay. Oben sind die schon durch gewesen. Ja! 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 Das ist der Tag. Okay, als Dritter. Noch nichts festhalten lassen. Noch nichts festhalten lassen. Weggehen und nichts festhalten lassen. Weggehen und die Gruppe. Weggehen und die Gruppe. Da ist alles gut. Da ist alles gut. Da ist alles gut. Da ist alles gut. Oh, warte nur. Suchthupe ist raus. Okay. Okay. Da ist alles gut. Da ist alles gut. Nein. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein, Digga. Nein. Scheiße. Oh Mann. Noch zwei Runden danach. Danach noch zwei Runden. Okay. Konzentration. Auf save spielen. Auf save. Baser. So. Was ist das? Okay. So. 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 Ich hasse Teile. Können die das nicht rausnehmen, die Müllteile? Okay. Okay. Easy. Rolldown, Finale. Believed, Chat. Mein T-Shirt sagt sogar auch Believed. Believen. Okay, let's go. Was ist da die beste Taktik-Trainer überhaupt in dem Game? Gibt's da überhaupt eine Taktik? Wie du am besten spielst? Die überleben halt einfach. Aber sonst? Kann ich halt nicht sein, so Spezielles. Ich habe das Spiel wirklich nicht oft gewonnen. Einmal vielleicht. Bis jetzt. Im Gegenzug von den anderen Spielen habe ich das Spiel sehr, sehr wenig gewonnen. Ich war halt auch... Ja gut, ich war ja schon ein paar Finals, aber... Aber das Game ist halt... Ein Game, wo ich sehr wenig gespielt habe. Digger. Das war... Das wird nicht, Chat. Letzte Chance... Egal. 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 Letzte Chance, Chat. Das sind scheiß Spiele, einfach. Ganz ehrlich. Es geht los. Letzte Runde heute. Im Turnier. Jetzt geht's ab. Jetzt... Ich würde schon fast sagen... Ich bin jetzt... Wie viel? Einmal im Halbfinale raus und... Zweimal im Finale. Hyper-Antrieb-Helden. Das habe ich jetzt noch nie gespielt. Das muss man da machen. Überleben halt, ne? Ist so wie... Ist wahrscheinlich wie Hoverboard-Helden. Ok, zweite... Ja, dritte Reihe. Ok. So, schauen wir mal. Ah. Nur deshalb beschäftigt sich überhaupt jemand mit mir. Und jetzt fange ich gerade an, etwas alleine auf die Beine zu stellen. Und aus eigener Kraft voranzukommen. Und dann passiert sowas. Ich werde dir jetzt was sagen, was du schon längst weißt. Die Welt besteht nicht nur aus Sonnenschein und Regen. Die ist oft ein gemeiner und hässlicher Ort. Und es ist mir egal, wie stark du bist. Sie wird dich in die Knie zwingen. Und dich zermalmen, wenn du es zulässt. Du und ich. Und auch sonst keiner. Kann so hart zuschlagen, wie das Leben. Aber der Punkt ist nicht der, wie hart einer zuschlagen. Kann eine sehr große, wie viele Schläge einstecken kann. Und ob man trotzdem weitermacht. Wie viel man einstecken kann und trotzdem weitermacht. Nur so gewinnt man... Bleibt mich wirklich böse. Wenn du weißt, was du wert bist, dann geh hin und hol es dir. Aber nur wenn du bereit bist, dir Schläge einzustecken. Aber zeig dich mit dem Finger auf andere und sag, du bist nicht da, wo du hin wolltest wegen ihm oder wegen ihm. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Viel Spass mit dem räudigen Gameplay. Ich habe alle Runden leider verloren. Dreimal Finale und einmal Halbfinale war das, glaube ich. Zwar bin ich immer noch sehr enttäuscht und irgendwie noch ein bisschen traurig. Aber was willst du machen? Ich bin halt auch ohne Erwartungen reingegangen. Deswegen ist es wahrscheinlich eher nicht so schlimm mit der Enttäuschung. Wie es mir sonst auch vorgestellt hätte. Egal. Es hat trotzdem mega Spass gemacht. Danke nochmals an alle, die beteiligten waren. Marvin Schulz, Pascal Schörpf, Marius Müller und alle drum und dran. Moderatoren, Zuschauer, auch meine Zuschauer. Vielen, vielen Dank. Hat Spass gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Turnier. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich bin raus und bis zum nächsten Video. Bis Mittwoch. Bis zum nächsten Mal.